Alles klar? Oh, Captain! Er, sieh, sieh! Oh, Captain! Zwei, stai! Oh! 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 Okay! Wir müssen sofort hier raus, verdammt! Das letzte Mal konnte ich tagelang nicht schlafen. Okay, auf geht's! Komm schon! Reilen wir uns! Komm schon! Reilen wir uns! Nicht stehen bleiben! Schau mal! Da ist uns wohl jemand zuvor gekommen. Dann hoffen wir mal, dass wir es auch wieder rausschaffen. Ja, die Leichen liegen bestimmt schon 60, 70 Jahre hier. Hey! Ihnen hat's wohl nichts gebracht, aber... Hier! Danke! Hm. Tja, Lazarewitsch und seine Männer sind wohl wieder in der Stadt. Wenn wir einen Weg zurück zum Eingang finden, sollte die Luft rein sein. Äh, nein, Chloe. Wir suchen den Cintamani-Stein. Was? Wir müssen Lazarewitsch aufhalten! Und wie wollt ihr das bitte schön anstellen? Vor ihm den Stein erreichen und ihn dann zerstören. Wow, wow, wow! Du glaubst doch nicht etwa diesen übernatürlichen Quatsch! Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, falls du es nicht mitgekriegt hast. Der Kerl ist durchgeknallt! Er denkt, er erfüllt irgendeine Art Prophezeiung und dass dieser Stein ihn unbesiegbar macht. Unsterblich! Wir stehen mitten in Shambhala. Und du hast tatsächlich noch Zweifel? Ja, du weißt, wie oft sie auf die Dinger geschossen haben. Hier geht etwas Seltsames vor. Noch ein Grund mehr, so schnell wie möglich hier abzuhauen. Ich will das nur in Ordnung bringen. Und vielleicht die Welt retten? Oh, Mann. Hör mal, Schätzchen. Der Welt. Ist das egal? Wenn du deinen Hals hinhältst, ist dein Kopf bald ab. Du hast selbst gesagt, du willst ihn fertig machen. Ja, und ich will ihn mehr als bluten sehen. Aber so läuft das nicht! So! So läuft das! Nein. Diesmal nicht. Na los. Was meinst du? Dass ihr spinnt! Aber gut, retten wir eben die Welt. Was haben wir jetzt? Was sind die Welt für die Welt? Oh, wie ist das? Oh! Oh, Mann. Oh, Mann. Weiß du. Das ist auch ein Gegner. Wenn du mit den Du-Kant-Gang hast, schießt sie. Oh! Kanto Mepasur! Kanto Piquendo! Oh Mist, die fliegen in die Luft! Los geht's! Wir brauchen stärkere Waffen als die hier! Sieht so aus! Komm schon, der Sprung ist nicht schwer! Hey, das ist Harz! Eindeutig Baumharz! Es fängt leicht Feuer, Vorsicht! Was zur Hölle? Verdammt, was ist das? Ist ja gar nicht gruselig! Was ist das? Was ist das? So mag ich das! Auf geht's! Hey, das kenne ich doch! Natürlich! Hier muss irgendwo der Chintamani Stein sein! Das sieht wunderschön aus! Das muss ein wirklich wichtiger Ort gewesen sein! Ganz generös! Jetzt fühlt er sich gespenstisch an! Wir kriegen Besuch! Noch mehr? Siehst du, es war viel zu ruhig! Vielleicht haben sie uns nicht gesehen! Elena, zurück! Ah, die Soldaten sind wirklich überall! Nein! Ah! Noch erst zu laut! Noch das einmal was! flawligt! Wirstrich! Und wenn die Soldaten sind! Das ist offen! Dass die Fl marche sind! Wir werden sehen. Schön. Wir werden sehen. Die Kugel-Geräusche Geh! Geh! Was ist das? das andere gegengewicht fehlt ja du hast die richtige größe dafür witzig ok los geht's ok los geht's los da warst du etwas nah dran oh Was? Lichtig. Vorsicht! Alles klar bei euch? Ja. Dann müssen wir wohl zu diesem Vorsprung. Nehmen wir den Kahn. Los geht's! Das war's. Gut gemacht, Leute. Dankeschön, Chloe. Da ist er. Oh Mist. Runter! Da unten sind auch Wächter! Sie sterben nicht! Das war's. 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 Wir sind fast da. Da ist er. Der Chintamani-Stein. Wir sind tatsächlich die Ersten. So wunderschön. Ja, unbeschreiblich. Lust, das stören wir ihn und hauen schnell ab. Warte. Irgendwas stimmt nicht. Was meinst du? Marco Pololak falsch. Das ist kein Saphir, das ist Bernstein. Bernstein. Ja, weißt du, versteinertes Harz. Es ist Baumharz. Warte mal. Was ist denn? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hallo, Nate. Ich hasse es, wenn er das macht. Wem sagst du das? Wie konnte ich das übersehen? Was übersehen? Es ist kein richtiger Stein. Es ist das Harz. Das Harz vom Baum des Lebens. Okay, warte, ich komme nicht mit. Dieser Baum? Nein. Der Baum. Da ist er. Nazarewitsch. Er will auch zu dem Baum. Aber klar, die schwarzen Zähne. Was? Die schwarzen Zähne der Wächter und der Leichen in Borneo. Sie haben das Harz gegessen und es hat sie verändert. Glaubst du auch, Nazarewitsch will das Harz essen? Willst du wirklich hier warten und es rausfinden? Bravo, Sherlock. Gut gemacht. Oh, Harry. Verdammt. Oh, Harry. Was los, Kumpel? Enttäuscht, dass Nazarewitsch vor dir da war? Du hast ihn knapp verpasst. Ich wollte noch warten, damit du bei meiner Party dabei sein kannst. Wovon redest du? Vielleicht wolltest du so ran, dass die ganze Zeit, hm? Der ist schlauer, als er aussieht. Wir können ihn noch aufhalten. Elena, nicht. Nein, wir können dir helfen. Sorry, Süße. Das ist kein Film. Und du bist nicht die Heldin, die den Bösewicht bekehrt und alle rettet. So läuft das nun mal nicht, Baby. Flynn, hör mir zu. Abschiedsgeschenk von Nazarewitsch. Den Splint hat er behalten. Elena, weg da! Nein. Oh, scheiße. Elena! Okay, dir geht's gleich besser. Los, verbring dich hier raus. Haltet Nazarewitsch auf. Geht jetzt. Vergiss es. Na los. Sie sind nach vorne! Scheiße. Okay, ich hab sie. Gib uns Deckung. Schneidet ihn in den Weg ab. Okay, Dada. Nazarewitsch. Scheiße. Wir müssen Elena hier rausschaffen. Ich mach den Weg frei. Ah. Komm, du schaffst das. Durchhalten. Warte hier. Okay. Okay. Los, nicht stehen bleiben! Okay, komm jetzt. Na los. Du schaffst das. Wir kriegen Besuch. Vorsicht. Okay, noch ein kleines Stück. Genau so. Warten einen Moment. Naget ihn fest! Los weg! Los weg! Los weg! Los weg! Los weg! Los weg! Ja! Mist! Aber ich! Los, hier rüber. Okay. Ich glaub, das war der Letzte. Hey. Hey, Elena, wie fühlst du dich? Nicht gut. Es wird schon wieder. Hey, ich zähl auf dich. Okay. Ihr geht zum Tor. Macht so schnell ihr könnt. Warte, was meinst du? Nein. Nathan, nein. Hör mal, ich muss das beenden. Nein, musst du nicht. Wagt dich ja nicht, diesen Blödsinn ganz allein durchzuziehen. Bring sie nur hier weg. Nicht ohne dich. Wenn das Zeug Lazariewicz und seine Armee wirklich verwandeln kann. Du es bitte nicht. Wenn das Harz ihn tatsächlich unbesiegbar macht und ich ihn jetzt nicht aufhalte. Aber das ist Selbstmord. Und du weißt es. Geht jetzt. Geht so weit weg von hier, wie ihr könnt. Geht. 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 Geht.